Was sind denn deine Tipps für Unternehmen, die das Marketing im Bereich Video ausbauen sollten? Was würdest du denen raten? Unternehmen quatschen ja viel zu sehr über sich selbst. Wir wollen diese News verbreiten oder wir wollen so oder so gesehen werden. Und beschäftigen sich immer noch zu wenig, gerade im Bereich Content und dem, was die Leute da draußen wirklich interessiert. Ich würde fokussieren auf, was können denn tolle Inhalte sein, die die Menschen spannend finden, die eine Gänsehaut hervorrufen, die einen echten Mehrwert schaffen. Am wichtigsten ist es doch, etwas zu finden, etwas zu kreieren, was die Leute da draußen wirklich, wirklich geil finden.